Musik Hallöchen und willkommen zum Raidguide für den Boss Generäle der Steinlegion im normalen sowie heroischen Modus von Schloss Nathria, eventuell auch für den LFR, um sich ein wenig vorzubereiten. In diesem Video zeige ich euch den Kampfablauf und die Fähigkeiten, unterm Video gibt es auch einen schriftlichen Guide sowie alle anderen Bossguides für diesen Raid. Viel Spaß! Gekämpft wird gegen die beiden Generäle Karl und Graschal in drei Phasen sowie zwei Zwischenphasen. Dabei gilt, dass in den ersten zwei Phasen immer nur ein General angegriffen werden kann und erst zum Schluss werden beide gleichzeitig mit allen Fähigkeiten bekämpft, wodurch der Kampf am Ende noch einmal deutlich schwerer wird. Während nur ein General aktiv ist, fliegt der andere über das Kampffeld und greift zufällige Spieler mit Fähigkeiten an, bildet am besten einen Fernkämpfer und einen Nahkämpfercamp auf dem Kampffeld. Wir starten mit den allgemeinen Fähigkeiten, die den ganzen Kampf über aktiv sind. Zuerst einmal die Steinbrecher-Kombo, die etwa alle 60 Sekunden eingesetzt wird und aus drei Schritten besteht. Zuerst wird ein zufälliger Spieler mit Kristallisieren belegt. Dieser hat einen braunen Kreis unter sich und bekommt jede Sekunde Schaden. Dieser Spieler läuft erst einmal mindestens acht Meter aus dem Raid raus und explodiert nach fünf Sekunden durch kristalline Explosionen, die moderaten Schaden verursacht und vier Sekunden lang betäubt. Jedoch werden auch jegliche Blutungseffekte dadurch entfernt, was im Kampfverlauf noch wichtig sein wird und weshalb mehrere Spieler sich neben diesen betroffenen Spieler stellen sollten, die bestimmte Blutungseffekte auf sich haben. Dazu gleich mehr. Danach wird auf den Spieler, der bereits von Kristallisieren betroffen war, pulverisierender Meteor eingesetzt, der sofort nach dem Ende der Betäubung einschlägt und massiven Schaden verursacht. Dieser muss auf so gut wie alle Spieler des Raids aufgeteilt werden, indem sie sich in den Effektbereich hineinstellen. Zusammenfassend heißt das also, der Spieler geht erst raus aus dem Raid, ihm folgen einige mit dem Blutungsdebuff und danach muss beinahe der komplette Raid hinterher, damit der Schaden aufgeteilt werden kann. Die zweite wichtige allgemeine Fähigkeit ist die heimtückische Klinge. Von dieser werden zwei Spieler mit einem roten Pfeil markiert, etwa alle 30 Sekunden. Nach vier Sekunden wird eine Klinge auf einen Spieler geworfen, die danach zum anderen Spieler rüberfliegt und hohen Schaden im Umkreis von 8 Metern verursacht. Wer zwischen diesen Spielern steht, erleidet den gleichen Schaden wie die eigentlichen Ziele. Markiert auf dem Kampffeld am besten einen Bereich, wo die Spieler immer hingehen sollen, wenn sie von dieser Fähigkeit betroffen sind. Das wichtige hier ist nun, wer von heimtückische Klinge getroffen wird, bekommt den permanenten Blutungsdebuff tückische Fleischwunde, der alle zwei Sekunden Schaden verursacht. Wer nun aufgepasst hat, der wird wissen, okay, damit muss man in die kristalline Explosion hinein, die manchmal kommt, um diesen Debuff entfernen zu können. Ja, und genau das solltet ihr auch immer tun, wenn ihr diesen Debuff habt. Und dann noch eine dritte Mechanik. Kurz nach dem Kampfbeginn und dann etwa jede Minute erscheint ein Goliath der Steinlegion. Dieser sollte neben dem Boss getankt werden und kann langsam durch Flächenangriffe mit heruntergehauen werden. Kurz vor dem Erreichen von 20% Lebenspunkten muss der ganze Raid auf ihn umschwenken, da dann Bildnis der Seelenbesüdelung gewirkt wird, wodurch pro Sekunde die Heilung auf allen Raidmitgliedern um 10% verringert wird, bis zu einem Maximum von 80%. Heißt also, schnell töten. Ich wiederhole nochmal, mit braunem Kreis rauslaufen, Spieler mit Debuffs reinstellen, danach der ganze Raid da reinstellen, außerdem die zwei Leute mit den roten Pfeilen aus dem Raid rauslaufen und dann immer schön das Add nebenbei töten. Jetzt können wir mal mit der ersten Phase anfangen, in der Generalin Karl aktiv ist. Diese kann normal getankt werden und setzt alle 20 Sekunden Zackenheep ein, der hohen Schaden verursacht und den permanenten stapelbaren Debuff gezackter Riss erzeugt, der etwas Schaden verursacht und den Schaden von Zackenheep aber um 50% erhöht. Es sollte bei 3-4 Stapeln ein Tankwechsel stattfinden. Denn der Tank, der den permanenten Debuff hat, der muss nun auch in diese kristalline Explosion mit reinlaufen, um diesen entfernen zu können. Somit also eine Mechanik für die Tanks. Die Heiler bekommen auch eine Mechanik, nämlich den Debuff Herzreißer. Dieser läuft 36 Sekunden auf mehreren Zielen und verursacht wenig Schaden. Wird er jedoch entfernt durch Dispellen oder läuft er aus, bleibt 6 Sekunden lang die Herzblutung zurück, die jede Sekunde Schaden verursacht, was die Heiler gegenheilen müssen. Um zu verhindern, dass alle betroffenen Spieler auf einmal eine Herzblutung haben, sollten die Heiler nacheinander die Ziele dispellen und dann hochheilen. Ansonsten fliegt Graschal noch umher und fügt zufälligen Spielern Schaden durch Steinstachel zu, was ihre Bewegungsgeschwindigkeit auch 8 Sekunden lang um 30% verringert. Daran sollte man natürlich denken, wenn man für kristalline Explosionen oder die heimtückische Klinge irgendwo hinlaufen muss. Das war's dann auch für die erste Phase. Größtenteils müssen nur Tanks und Heiler auf zusätzliche Dinge achten. Wenn Carl 50% Lebenspunkte erreicht hat, wird gehärtete Steingestalt eingesetzt, wodurch sie 95% weniger Schaden erleidet und eine Zwischenphase beginnt. Ihre Fähigkeiten werden weiterhin eingesetzt, jedoch seltener als zuvor. Die Steingestalt kann nur durch Prinz Renathal aufgehoben werden, der am Eingang des Kampffelds steht und eine Mana-Leiste hat. Sammelt die Anima-Kugeln ein, die von Edds in dieser Phase fallen gelassen werden, und bringt sie ihm. Wenn die Mana-Leiste voll ist, wird zerschmetternde Eruption eingesetzt. Dies entfernt die Steingestalt, verursacht aber auch Raid-weiten Schaden und stößt zurück. Passt dabei auf, dass ihr dadurch nicht vom Kampffeld heruntergeworfen werdet. Bei den besagten Edds handelt es sich um die Kommandosoldaten der Steinlegionen, die herumfliegen. Diese setzen Splitterbombe de Moor ein, wodurch rote Schadenzonen auf dem Boden entstehen, aus denen es rauszulaufen gilt. Nach und nach landen die Edds, können getötet werden und sie lassen Anima-Kugeln fallen, die 10% Mana beim Prinzen regenerieren. Sollte ein Goliath getötet werden, der auch weiterhin in dieser Phase erscheinen kann, gibt es eine Anima-Kugel, die sogar 40% Mana regeneriert. Ein Tank sollte weiterhin den Boss tanken und der andere Tank kümmert sich um die Edds. Passt bei den Schadenzonen auf dem Boden auf, dass weiterhin die Positionierungen für andere Fähigkeiten eingehalten werden, nämlich für die kristalline Explosion und die heimtückische Klinge. Sobald die Zwischenphase vorbei ist, fliegt Generalin Karl in die Luft und General Kraschal landet. Herzreißer und Zackenhieb, also die Tank- und Heilerfähigkeiten, werden nicht mehr eingesetzt, ebenso wie Steinstachel nicht mehr aktiv ist. Weiterhin aktiv sind aber die kristalline Explosion und die heimtückische Klinge. Ein Tank übernimmt wieder den Boss und es muss ein Tankwechsel stattfinden, immer wenn Steinfaust eingesetzt wird. Dieser Angriff wird vom Boss ausgeführt und stößt zurück. Der zweite Tank sollte nicht davon getroffen werden und der aktive Tank muss aufpassen, nicht von der Plattform heruntergeschmissen zu werden. Generalin Karl setzt aus der Luft heraus abprallende Schuriken auf zufällige Spieler ein. Diese verursachen auf bis zu vier Spielern Schaden. Das muss einfach nur weggeheilt werden, ist nicht wirklich interessant. Etwa alle 30 Sekunden wird allerdings seismischer Aufruhr eingesetzt. Dadurch erscheinen unter mehreren Spielern 4,5 Sekunden lang alle zwei Sekunden Steinstacheln. Es gilt dann auseinander zu laufen und sich ein wenig zu bewegen, um diesen auszuweichen. Nachdem der Angriff vorbei ist, sollte man sich wieder zusammenstellen. Dieser Angriff wird meistens nur auf das Fernkämpfercamp eingesetzt. Die zweite wichtige Fähigkeit in dieser Phase ist die hallende Eruption. Ein zufälliger Spieler wird von dieser markiert. Nach fünf Sekunden wird hoher Schaden im Umkreis von acht Metern verursacht und es erscheint eine große Schadenszone in stabiler Boden. Immer wenn hallende Eruption eingesetzt wird, wird von jedem instabilen Boden ausgehend zeitgleich durch wieder hallende Vernichtung Schaden am ganzen Raid verursacht. Wenn ein Spieler im instabilen Boden drinsteht, bekommt nur dieser den Schaden. Das klang jetzt wahrscheinlich etwas kompliziert. Einfacher gesagt, wenn ein Spieler von dieser Fähigkeit erfasst wird, muss er rauslaufen und währenddessen müssen andere Spieler in diese instabilen Böden hineinlaufen, die auf dem Kampffeld existieren. Wichtig hierbei ist, es darf immer nur ein Spieler in einem Boden drinstehen, denn durch hallende Verwundbarkeit wird der erlittene Schaden durch die wiederheilende Vernichtung um 500% erhöht, wenn man einmal Schaden erlitten hat. Das heißt, wenn man in zwei Böden gleichzeitig steht, würde man von dem zweiten Boden wahrscheinlich einen One-Hit bekommen. Alles in allem ist das wahrscheinlich die komplizierteste Fähigkeit von allen. Das war es dann auch für die zweite Phase und wie ihr vielleicht gemerkt habt, gibt es in dieser Phase vier Fähigkeiten, für die man sich bewegen muss. Die kristalline Explosion, wo nachher der ganze Raid reinlaufen muss, die heimtückische Klinge, wo Spieler rauslaufen müssen aus dem Raid, dann der seismische Aufruhr, wofür sich wahrscheinlich alle Fernkämpfer bewegen müssen und die hallende Eruption, wofür sich eingeteilte Spieler wiederum bewegen müssen. Das ist nicht einfach und wahrscheinlich der Knackpunkt an diesem gesamten Kampf. Wenn der General dann auf 50% Lebenspunkte runtergehauen wurde, geht es wieder in die Zwischenphase, die wir ja schon kennen, nur mit dem Unterschied, dass dieses Mal General Graschal weiterhin aktiv ist und seine Fähigkeiten etwas seltener eingesetzt werden. Und wenn das dann überstanden ist, ja dann kommt die dritte Phase, nun sind beide Bosse gleichzeitig aktiv. Das einzige, was sich jetzt ändert zur zweiten Phase, die ja schon sehr bewegungsreich war, ist die Rückkehr vom Herzreißer-Debuff, den die Heiler dispeln müssen und dann gezielt die Leute hochheilen, die Herzblutung haben. Und außerdem gibt es jetzt natürlich zwei Tank-Debuffs, nämlich von jedem Boss einer. Am besten orientieren sich die Tanks dabei an der Steinfaust, wenn diese eingesetzt wurde, sollte wieder ein Tankwechsel stattfinden und der Tank, der dann den Blutungs-Debuff hat, der läuft wieder in die kristalline Explosion, um ihn zu entfernen. Es gibt aber auch noch positive Meldungen, denn der Goliath erscheint nicht mehr in der dritten Phase, den man nebenbei immer noch besiegen musste. Apropos besiegen, ihr müsst beide Bosse so gut wie zeitgleich töten, denn wenn einer stirbt, bekommt der andere Schwur des Soldaten, wodurch er 200% mehr Schaden verursacht und das dürfte schnell zu einem Vibe führen. Deswegen sollte man sich Effekte wie Heldentum, Kampfrausch und so weiter für die letzte Phase aufheben. Joa, das war's, das sind die Generäle der Steinlegion. Und ich würde jetzt gerne sagen, es klingt schlimmer als es ist, aber das wäre eine Lüge. Dieser Kampf ist wirklich sehr komplex und man muss dort sehr viel koordinieren, damit alles richtig läuft. Falls noch Fragen sind, stellt diese gerne unten in die Kommentare. Wir versuchen sie zu beantworten. Unter dem Video ist auch der schriftliche Guide verlinkt, wo übrigens auch nochmal ein Schnellguide drin ist, wo ihr alles ganz schnell nachlesen könnt, was nochmal wann passiert. Das ist, glaube ich, bei diesem Kampf ganz nützlich. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!